So, Mann parkt hier immer, Mann wollte mich schlagen, muss jetzt bei Rot rüber gehen, Mann wollte mich schlagen und ich sollte abhauen. Und tut so hier, als wenn ich ein Witzbold bin. Gucken Sie sich den an, ne, er schreit mich immer noch an. Er steht mitten auf dem Fußgängerweg und bestärkt mich.